Hier gibt es noch ein paar Apotheken, wo man ein wenig einkaufen kann, mit verschiedenen Sachen, mit Handtaschen, mit T-Shirts, Polos, kurze Hose, wenn man was vergessen hat. Hier bekommt man alles. Ein schickes Burberry, Oberteil, schöne bunte T-Shirts, Badeanzüche, das Nachthemd, da gibt es eigentlich alles. Ein paar Hängerchen für am Strand, was man so mag.